Die Verfassung vom 3. Mai 1791 von Polen-Litauen wurde am 3. Mai 1791 im Warschauer Königsschloss vom Sejm verabschiedet. Sie gilt als die zweite moderne Verfassung Europas im Sinne der Aufklärung. Weltweit betrachtet ist sie die dritte Verfassung nach der Verfassung der Vereinigten Staaten vom 17. September 1787. Als vierte Verfassung folgte, wenig später die französische Verfassung vom 3. September 1791. Zu Ehren der Mai-Verfassung wurde der 3. Mai Polens Nationalfeiertag. Seit 2007 ist dieser Tag auch Nationalfeiertag in Litauen. Vorgeschichte Polen-Litauen hatte im 17. und 18. Jahrhundert mehrere militärische Auseinandersetzungen gegen seine expansionistischen Nachbarn führen müssen. Die Niederlagen und Verwüstungen trieben das Land an den Rand des Ruins. Zu diesen Auseinandersetzungen gehörten mehrere russisch-polnische Kriege, mehrere Kriege gegen das Osmanische Reich. Ein Aufstand in der Ukraine unter Hetman Boden-Schmielnicki ab 1648 im Endergebnis Schwächung Polens durch Abspaltung der Ostukrain unter den Saporodscher Kosaken zugunsten Russland 1654, mehrere nordische Kriege, darunter 1655 bis 1661 und 1700 bis 1721, zwei schwedisch-polnische Kriege. Polnischer Thronfolgekrieg 1733-1735-38 still, siebenjähriger Krieg 1756 bis 1763, sowie mehrere Aufstände der Kosaken, zahllose Verwüstungs- und Beutezüge der Krim-Tataren, sowie innere Zerwürfnisse im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts. Punkt. In der Folge der Kriege hatte Polen seine Vormachtstellung in Mittelosteuropa eingebüßt. Diese war an Russland unter den Romanov und an Brandenburg-Preußen unter den Hohen Sollern übergegangen. Die Wahlmonarchie Polen-Litauen wurde zunehmend ein Spielball unterschiedlicher Interessen sowohl von außen wie auch im Innern und verfiel langsam. Der Dekadenz, Agonie und politischen Anarchie. Die Zeichen des allgemeinen Verfalls äußerten sich durch die dauerhafte Blockade des Parlaments mittels des Liberum Veto. Der Bildung von adligen Bündnissen gegen die Interessen des Staates und des Königs. Wenn zum Beispiel die Magnaten ihre Rechte der goldenen Freiheit durch den König beschnitten sahen. Vorsichtige Reformbemühungen von König Stanislav August Poniatowski, der 1764 nach dem Tod August III. zum König gewählt wurde, führten zur Intervention Russlands, der sich Stanislav August beugte, wogegen sich die Konföderation von Bar. Ein Streitbund oppositioneller Landadliger sowohl gegen den König als auch gegen Russland formte. Deren militärische Niederlage mündete 1772 in der ersten Teilung Polens. Diese Ereignisse führten im geschrumpften Staat letztlich zu einer Stärkung des Reformlagers um die Aufklärer Hugo Kolatai, Stanislav Stasic und Ignacy Potocki, so dass ernsthafte innere Reformen möglich wurden, Verfassungsentstehung. Im vierjährigen Sejm setzten sich die Gegner einer engen Anlehnung an Russland durch. Dadurch entstand eine tragfähige Mehrheit, um durch innenpolitische Reformen die Handlungsfähigkeit der Staates wieder durchzusetzen. Außenpolitisch positiv war die wohlwollende Haltung Preußens. Durch die innen- und außenpolitischen Konstellationen wurden Reformen möglich. Die in der Ausarbeitung und Verabschiedung der Verfassung durch den Sejm Gipfelten verkündet wurde sie am 3. Mai 1791 durch den König. Die Verfassung Grundsätzliches Die polnische Verfassung von 1791 nahm zentrale Aspekte der französischen Aufklärung, aber auch ältere innerpolnische Reform Diskussionen auf. Auf Schien Jacques Rousseau, der 1772 seine Betrachtungen über die Regierung Polens und über deren vorgeschlagene Reform erst nach der ersten Teilung beendete, geht das Prinzip der Volkssouveränität zurück. Der Sejm wurde zur Verkörperung der Allgewalt der Nation erklärt. Durch die Einführung der Landbotenkammer erhielt das wohlhabende Bürgertum neben dem Adel erstmals ein politisches Mitspracherecht. Den Bauern blieb dieses Recht noch verwehrt. Immerhin profitierten diese von der allgemeinen Rechtsgleichheit, die bislang nur für den Adel und geistliche Institutionen galt. Von Montesky-Eu übernahm die Verfassung das Prinzip der Gewaltenteilung. Dabei wurde die Regierung dem Parlament unterworfen. Im Sejm selbst sollte fortan das Mehrheitsprinzip gelten. Das Liberum Veto des Adels, das in der Vergangenheit häufig zur Blockade der polnischen Innenpolitik geführt hatte, wurde auf einige wenige Fälle begrenzt. Die negativen Erfahrungen mit dem Wahlkönigtum führten zur Einführung der erblichen Monarchie unter den Wettdienern. Der Einfluss der Könige im Rahmen der konstitutionellen Monarchie war eng beschränkt. Gemäß der Verfassung konzentrierten sich die Rechte des Königs auf die Repräsentation des Staates nach außen. Der heilige römisch-katholische Glaube wurde zur Nationalreligion erklärt bei gleichzeitiger Garantie der Religionsfreiheit für andere Bekenntnisse. Übertritte zu diesen galten als Apostasie und waren verboten. Inhalt die herrschende Nationalreligion ist und bleibt der heilige römisch-katholische Glaube mit allen seinen Rechten. Der Übergang von dem herrschenden Glauben zu irgendeiner anderen Confession wird bei den Strafen der Apostasie untersagt. Da uns aber eben dieser heilige Glaube befiehlt, unseren Nächsten zu lieben, so sind wir deshalb schuldig allen Leuten, von welchem Bekenntnisse sie immer auch sein mögen, Ruhe in ihrem Glauben und den Schutz der Regierung angedeihen zu lassen. Deshalb sichern wir hiermit unseren Landesbeschlüssen gemäß die Freiheit aller religiösen Gebräuche und Bekenntnisse in den polnischen Landen. Jede Gewalt in der menschlichen Gesellschaft entspringt aus dem Willen der Nation. Die vollziehende Gewalt soll keine Gesetze weder geben noch erklären, keine Abgaben und Steuern, unter welchem Namen es auch sei, auflegen. Keine Staatsanleihen machen, die vom Reichstage gemachte Einteilung der Schatzeinkünfte nicht abendern, keine Kriege erklären, keinen Frieden, keinen Traktat und keine diplomatische Akteen definitiv abschließen können. Es soll ihr bloß freistehen, einstweilige Unterhandlungen mit den auswärtigen Höfen zu pflegen, in gleichen einstweiligen und gemeinen Bedürfnissen zur Sicherheit und Ruhe des Landes abzuhelfen, aber hievon ist sie verpflichtet, die nächsten Reichstagsversammlung Bericht zu erstatten. Es erscheint unserer Umsichtigkeit angezeigt, die Thronfolge auf dem polnischen Thron nach folgendem Recht zu regeln. Wir setzen demzufolge fest, dass der regierende Kurfürst von Sachsen in Polen als König herrschen wird. Der älteste Sohn des herrschenden Königs soll nach seinem Vater auf den Thron nachfolgen. Die richterliche Gewalt kann weder von der Gesetzgebenden noch vom Könige ausgeübt werden, sondern von den zu diesem Ende gegründeten und erwählten Magistraturen. Die obigen Übersetzungspassagen sind entnommen aus K. H. L. Poliz, die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 Dritte B. D. F. A. Brockhaus, Leipzig 1833 folgen. Die Verfassung vom 3. Mai wurde von den Nachbarländern Polens, nicht zuletzt wegen der gleichzeitigen Vorgänge in Frankreich, als eine Bedrohung für deren absolutistische Herrschaftsform gesehen und nach der Konföderation von Tagowika und der Intervention Russlands. Die im russisch-polnischen Krieg von 1792 gipfelten, von Preußen unter Friedrich Wilhelm II. und dem russischen Reich unter Katharina II., im Rahmen der zweiten Teilung Polens 1793 außer Kraft gesetzt. Verweise, siehe auch Geschichte Polens, Literatur Stanislaw Grotczewski, die Verfassung vom 3. Mai 1791, das erste polnische Grundgesetz, in Aus Politik und Zeitgeschichte, B. D. 30 N. und 30. 1987 S. 40-46, Jan Kusper, vom Projekt zum Mythos, die polnische Mai-Verfassung 1791, in Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, B. D. 52 Nr. 8, 2004 S. 685-699, Helmut Rheinalter, Peter Leisching, die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791, vor dem Hintergrund der europäischen Aufklärung, Lang, Frankfurt am Main, unter anderem 1997 ISBN 3-631-30509-5, Israel Batal, 4 Jahre Siem in Dendeiner, Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, B. 6, Metzler, Stuttgart, Weimar 2015 S. 288-290, Weblinks der Verfassungstext in Auszügen, Text der Verfassung vom 3. Mai in deutscher Übersetzung, Artikel bei www.deutschland-unter-europa, D. Fußnoten Manfred Alexander, Kleine Geschichte Polens, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2005, ISBN 3-89331-6620-S 158.